hallo und herzlich willkommen zu dieser ausgabe let's play world of warships mit einem replay von der kirov und hier sehen wir den commslawick eu er ist hier top tier und ihr kennt das spielchen ja schon am anfang wird fleißig gespult da haben wir fast schon hit verpasst aber kein schaden also von dem alles gut so und jetzt springen wir bei rein und gucken was er so reißen kann auf die phoenix wird da fleißig mit ap geschossen und schön dass uns hier auch noch mal die ansicht zeigt aber die granaten fliegen leider ins leere so und die phoenix hier jetzt schön seitlich also der könnte schon mal gleich ganz schön spannend werden kommen gut runter aber noch nicht so extrem ich glaube so ist die richtige schwindigkeit da war uns mal richtig oder das so ist schon richtig und bisschen dahinter aber dadurch dass jetzt die phoenix nicht mehr heimbekommen muss er jetzt sich da umzielen und achtet da jetzt mal auf die vorherfahrenden und jetzt auf die kirov naja also er ist wirklich hier immer sehr gern in der ansicht aber da hat man auch ganz gut gesehen hat den zielkreis deutlich davor gesetzt und jetzt erst in die richtige richtung da war einfach nur falsch eingeengt kirov hat sich jetzt festgefahren ist wie die gelegenheit schlechthin hier ein schön hinzusetzen aber in dem fall einfach wieder zu weit dahinter 8 sekunden ist auch eine vernünftig lange flugzeit also man muss schon dementsprechend da davor halten aber er mag dies zu beobachten wie die granaten fliegen man ist halt da dabei aber natürlich auch so schön die ansicht ist aber ja auch da jetzt wieder in ins land rein gesammelt so und er hat jetzt hier gleich gut arbeit mit der kirov und co jetzt kommt schon zeig mal schön zitadellen dafür ich jetzt gern mal sehen so richtig schönen jetzt zeigt er natürlich nicht die art jetzt hätte er doch in zwei zitadellen und er zeigt ja jetzt hätte ich gern die granaten flug sich gesehen er bleibt weiterhin schön seitlich also deswegen kann er toll wirken aber auch die distanz ist natürlich prädestiniert für zitadellen treffer und drei zitadellen treffer alter verwalter schöner hit auf ein schiff einfach mal fünf zitadellen zu machen das ist ordentlich und hier die nächste kirov und auch da zwei zitadellen jetzt trifft er jetzt hat er sich eingegroovt gibt ihm ja so oft in die art ansicht oder die granaten ansicht was auch vom vom spielstil etwas runter ist es war schön zum anschauen wie man hier sehe schaut fantastisch aus aber man kann halt nicht amen man kann halt nicht das schiff ausrichten man hatte einfach gewissermaßen fünf bis zehn sekunden wo man nichts macht und das ist halt trotzdem und das bleibt ein shooter dann einfach der killer also von dem her nach wie vor auch die ansicht ich eher den schlachtschiffen zutun würde weil die zwischen den schüssen da kann man eh nicht so viel variieren und hier eine kamikaze wo man sie wirklich auch mal schön die tarnung sieht und dass auch das schiff durch die tarnung wirklich gefühlt auch im meer schlechter zu sehen ist also da gibt es wenn ich da jetzt an andere schiffe denke wie die futschin zum beispiel wo die sich die tarnung nicht wirklich der tarnung gilt aber da ist es bei der kamikaze ganz klar eine andere qualität und da ist er auch schon weg und die kirche ist recht low der könnte schon funktionieren und da macht er den kill shot nice one so jetzt erstmal alles bisschen weiter weg auf dem juli kommt er nicht die oma als die einzige auf die man gut schießen kann allerdings auch gerade im weg drehen so die war ja um die bekommt jetzt aber satt treffer er geht auf die jogi schießt hier ap bei so seitlich geht ap noch vernünftig aber sie tritt gerade bei also jetzt würde ich schon spätestens mal auf he wechseln wo ist denn die wyoming geblieben ja halbe hp weg er bleibt hier auf ap aber auch da muss man aufpassen die replays backen da aber zumindest auch so von der von dem endresultat scheint er sehr sehr ap elastig zu spielen und beim und ja ich 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 Ihr kriegt immer noch den einen oder anderen Treffer drauf, aber da sieht man einfach keinen Schaden. Also da H.E. einfach sinnvoller. So, die Uhrmacher, das ist jetzt wieder ein schönes Ziel, da freut er sich bestimmt wieder drüber. Na, die bisschen zu weit davor, da muss er ein bisschen korrigieren. Und mal schauen, wie jetzt da der Hit kommt. Da wäre jetzt die Ansicht, also die Z-Taste sehr spannend und man sieht wieder zwei Zitadellen. Sehr schöner Treffer. Also sechs Treffer, schön. Jetzt vielleicht mal das ein oder andere Flugzeug nochmal runterholen. Na, jetzt geht die Oma auf ihn. Jetzt ist er ein bisschen aggro, weil sie sich dachte, du kleiner, süßer Kirov, du. Warum schießt du mich so weg? Aber er bleibt hier auf die Furutaka drauf. Die Furutaka kommt jetzt sehr gerade auf ihn zu. Aber dreht auch, weil er sei halt wirklich sehr, sehr schöne Möglichkeiten hier in dem Spiel zu wirken. Und dementsprechend auch den Schaden an den Mann oder an die Spielerin zu bringen. Und da kommt die Furutaka, aber dreht wieder bei. Und wie gesagt, das ist so eine Situation, da wäre HE. Er hat jetzt gut HE laden können, eine Seite wird drauf. Und sobald sie jetzt so beidreht und das wird es jetzt scheinbar. Ne, ah, sie fährt geradeaus weiter. Aber normalerweise ist es ja so, man dreht so dann 180 Grad bei. Und da dann wieder AP. Also da so ein bisschen die Variabilität reinbringen würde wohl nicht schaden. So, vielleicht jetzt wieder auf die Omaha. Geschisse kommen. Da macht er 951. Nichts Dramatisches, aber besser als nix. So, und jetzt die Furu. 10 Kilometer, sehr schöne Distanz. Die kommt gut. Und da macht er wieder zwei Zitadellen. Also jetzt trifft er, jetzt trifft er wirklich. Also auf die Distanz, da spielt er sehr, sehr gut. Er kommt gut drauf, macht einen schönen Schaden. Da würde ich fast sogar auf die Miyogi gehen. Das ist ein ganz easy One-Shot. Aber, naja, er macht halt auch nochmal eine Zitadelle auf die Omaha. Und jetzt will er auf die Miyogi aimen. Aber zwischenzeitlich wird die schon aus dem Spiel befördert. Dann nimmt er doch wieder die Omaha. So, die Oma konnte er leider nicht rausnehmen. Jetzt wird er auf die Kongo geämmt. Dreht ihr beiderseits nicht mit dem Heckgeschütz leider arbeiten kann. Aber egal. Braucht er nicht. Macht er auch ohne. So, die Oma. Ist jetzt hier am Kartenrand unterwegs. Wird da doch langsamer. Da braucht er nicht so weit vorhalten. Und auch der ist weg. Lässt den Kraken frei. Hält der Schlacht. Da ist er sehr fleißig. Und jetzt, last but not least, nur noch die Boke. Auch hier eigentlich wieder ein typischeres HE-Ziel. Überall geht es hier gerade ab. Aber auch eine schöne Zitadelle. Er kann einfach wirklich fantastisch gerade wirken. So, eine Salva können wir uns wohl noch anschauen. Aber dann muss ich auch leider wieder unterbrechen. Schauen wir mal. So. So. Vielen Dank.